Hi, du bist? Ich bin die Ivana Nickitsch. Und du? Ich bin der Kilian. Moin. Was studiert ihr? Also wir beide studieren Multimedia Marketing an der Fachhochschule Schmerke-Halden. Okay, und in welchem Semester? Und was habt ihr hier eigentlich genau vor? Wir sind im dritten Semester und wir wollten hier mal nach Praktika schauen. Also allgemein mal informieren über Firmen. Und warum genau die Online-Branche? Was reizt euch da? Also ich glaube, das ist so die Vielfalt. Einfach mal dadurch, dass alles digitalisiert wurde, ist halt Marketing an sich halt schon weiter Begriff. Und dieses Online-Marketing interessiert uns halt einfach. Was sind eure bisherigen Eindrücke hier? Ist ganz interessant, mal einen Einblick in die Firmen zu bekommen und die Leute hinter den Firmen auch kennen zu lernen. Habt ihr schon Kontakte knüpfen können? Habt ihr irgendwelche Firmen, die euch besonders gut gefallen haben? Also es sind sehr große Firmen vertreten, zum Beispiel eben Google oder BBDO. Und man konnte halt zumindest schon mal den ersten Eindruck gewinnen, was sie genau von einem verlangen und damit man halt die Bewerbung nochmal besser konzentrieren kann. Super, dann vielen Dank und viel Erfolg noch.